Nachdenkseiten Die kritische Website Die Kampfjet-Koalition Die Dummheit der europäischen Vasallen kennt keine Grenzen Von Oskar Lafontaine Im japanischen Hiroshima hat der in die ukrainische Oligarchenkorruption verstrickte US-Präsident Joe Biden Dem ebenfalls in die ukrainische Oligarchenkorruption verstrickten ukrainischen Präsidenten Zelensky Einen Herzenswunsch erfüllt Er stimmte der Lieferung von F-16 Kampfjets an die Ukraine zu Und entsprach damit auch dem Wunsch deutscher Kriegstreiber wie dem CDU-Politiker Roderich Kiesewetter Und dem grünen Panzerexperten Anton Hofreiter Die ihn in einem peinlichen Brief gebeten hatten, der Ukraine doch endlich diese Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen Interessant war die Begründung von Kiesewetter und Hofreiter Es gibt keinen Grund, eine Fortsetzung des Krieges über 2023 hinaus auszuschließen Biden muss zwar sein grünes Licht zu den aus US-Produktion stammenden F-16-Fliegern geben Liefern werden die USA aber keine Maschinen Das können europäische NATO-Staaten wie die Niederlande, Belgien, Polen, Dänemark oder Griechenland machen Schreibt die Welt Auch das Training der ukrainischen Piloten soll in Europa nicht in den USA stattfinden Für 5% des US-Verteidigungshaushalts und 0 amerikanische Verluste zerstört die ukrainische Armee das russische Militär Und das ist absolut im Interesse der USA Jubelt Corey Scharke, Sicherheitsexpertin des American Enterprise Institute im Sender CNN Für dieses Institut arbeiteten bekannte Kriegstreiber der USA wie Richard Perl, Leon Cheney, Frau des ehemaligen US-Vizepräsidenten und Irving Crystal Die Sicherheitsexpertin hätte angesichts solcher Briefschreiber wie Kiesewetter und Hofreiter und des Agierens der europäischen Staatsmänner auf dem G7-Gipfel hinzufügen können Und bald schieben wir die Europäer vors Rohr und lassen sie für uns die weitere Drecksarbeit erledigen Noch erfolgreicher ist die US-Propaganda Die europäischen Politiker und Journalisten glauben immer noch, der Ukraine-Krieg sei ein von Putin ohne Grund aus großrussischem Nationalismus vom Zaun gebrochener Krieg Sie haben immer noch nicht kapiert, dass dieser Krieg mit der NATO-Osterweiterung und dem von Biden und Victoria Nuland inszenierten Maidan-Putsch 2014 begann dem der Krieg der Präsidenten Poroschenko und Zelensky gegen die Ostukraine mit 14.000 Opfern folgte Die Voraussetzung willfährigen und überzeugten Vasallentums ist an Blindheit grenzende Dummheit Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Bis zum nächsten Mal